Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt bei Purzelcake. Heute zur Gewinnspielauflösung der zwei Gewinnspiele. Ich habe ja bei YouTube und bei Facebook ein Gewinnspiel gestartet und ja, ich möchte eigentlich gar nicht groß weiter reden, sondern losen wir eigentlich direkt die Gewinner aus. Ich habe hier meine zwei Schälchen, einmal von YouTube die Leute, die mitgemacht haben und einmal von Facebook, sind ein paar weniger, aber da haben wir auch bessere Gewinnchancen. Mit was fangen wir an? Wir fangen mit Facebook an. Also, der Gewinner für Facebook. Jetzt einfach mal meine Zettelchen hier in meine tolle Lostrommel. Die ist voll cool. Ich kann das Zettelchen mal durchrühren. Ich denke, das reicht. Ich kann das nicht. Du kannst das, Schatzi. So. Da haben wir jetzt hier ein Zettelchen und das ist der Gewinner für das Gewinnpaket von Facebook. Und zwar ist das die Jacqueline Schön. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so erkennen kann. Herzlichen Glückwunsch, Jacqueline. Bitte melde dich bei mir, dass ich dir dein Gewinnpaket natürlich auch noch hoffentlich vor Weihnachten zuschicken kann. Dann kommen wir jetzt zu den Gewinnern, zu den Gewinner von YouTube. Da haben wir ein paar mehr Teilnehmer. Auch hier wieder in die schicke Lostrommel. super cool, ne? Ah, auch hier haben wir ein Zettelchen. Hoppala, bleibt hier. Und der Gewinner für das Gewinnpaket von YouTube, bleibt bitte draußen aus dem Bildschutz, ist Petra Schwilzki. Oh Gott, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber hier könnt ihr das nochmal sehen. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das Gewinnpaket von YouTube gewonnen. Bitte melde auch du dich bei mir, dass dein Gewinnpaket hoffentlich vor Weihnachten auch noch ankommt. Ihr anderen seid bitte nicht traurig. Es kommen auf jeden Fall noch mehr Gewinnspiele. Da könnt ihr gerne mitmachen. Und ansonsten wünsche ich euch natürlich ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Tschüss!